Musik Dass der Mensch fliegen könne, war über Jahrtausende eine Utopie. Dass es nicht ging, sah man an denen, die es versuchten. Technisch ist es eine Selbstverständlichkeit geworden. Im Grunde genommen führt ein Grundeinkommen zu einer freieren Gesellschaft. Das ist das Entscheidende. Es führt weg von der Lohnabhängigkeit und es führt hin zu einer Selbstständigkeit. Und jetzt stöhnen wir, wir haben keine Arbeitsplätze. Und niemand sagt uns, ja, verdammt nochmal, dafür haben wir doch die letzten 100 Jahre schwer gearbeitet, damit wir nicht mehr schwer arbeiten müssen. Sagt keine politische Partei. Und das ärgert mich zu Tode. Die Sozialsysteme sind veraltet. Ihre Finanzierung frisst sich selber auf. In Deutschland gehen 41 Prozent der Bevölkerung einer bezahlten Arbeit nach. Alle anderen leben von Transfereinkommen. Einkommen, die nicht unmittelbar mit Arbeit verbunden sind. Wirtschaftswachstum heißt heute nicht mehr, dass dabei mehr Arbeitsplätze entstehen. Die Rationalisierung macht die Erfolgsgeschichte. Wie die Erfolgsgeschichte weitergeht, stellt diese Frage. Das Grundeinkommen kommt. Aber nicht von oben. Und nicht obendrauf. Sondern es wächst in das bestehende Einkommen. Mehr Geld in der Tasche hätten mit einem Grundeinkommen nur die, die heute weniger haben. Aber für alle schafft das Grundeinkommen mehr gleiche Augenhöhe. Es würde sich einiges ändern in der Unternehmenskultur, in der Familie, am Arbeitsmarkt. Mit der Einführung eines Grundeinkommens nähme die Schaffung unentgeltlicher Werte zu. Und damit auch die wirtschaftliche Dynamik für alle. Und jetzt kommen die daher, diese jungen Leute, die überhaupt sich nicht disziplinieren müssen. Und denen soll nun Geld gegeben werden. Das ist ein Skandal. Dieses Argument steht eigentlich, glaube ich, dahinter, hinter der Ablehnung des Grundeinkommens. Und in diesem Paradigmenwechsel muss es doch wohl beschämt sein, wenn ich den anderen, der für mich arbeitet, verdonnere, dass er in den Staub kriechen muss, damit er überleben kann. Die Wirtschaft hat die Aufgabe, die Menschen von der Arbeit zu befreien. Von der Arbeit zu befreien, heißt auch zur Arbeit zu befreien. Wie hoch wäre der Return of Investment, wenn es ein Grundeinkommen gäbe? Und der ist, denke ich, sehr hoch. Für mich hat das Grundeinkommen auch so eine Funktion von Demokratiepauschale. Menschen werden weniger erpressbar, wenn sie materiell grundabgesichert sind. Also ich bin skeptisch. Ich bin sehr skeptisch. Und zwar... Weil dann keiner mehr zur Arbeit zu bewegen ist? Untergräbt ein Grundeinkommen die Leistungsgesellschaft? Brächte ein Grundeinkommen die Menschen näher zusammen? Oder ließe es die Zweiklassengesellschaft weiter auseinanderdriften? Jede spätere Zeit macht ernst mit dem, was zuvor nur gedacht wurde. Ist das Grundeinkommen eine Fantasie oder Vernunft? Ich glaube, das ist rational und wirtschaftlich. Und wie das zu finanzieren wäre, ist auch rational. So sind die Steuern auf Arbeit heute im Preis eines Produktes versteckt. Zahlen tut sie der Konsument. So sähe es aus, wenn die Steuer auch erst beim Konsumenten erhoben würde. Und so, wenn mit der Konsumsteuer auch das Grundeinkommen transferiert wird. Wenn diese Latte Macchiato dann beim Gast auf dem Tisch steht, setzt sich ihr Preis so zusammen. Die Kosten der Arbeit wären erheblich gesunken. Aber nicht die Einkommen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heute minus Steuern. Dann plus Grundeinkommen. Und mit einem Grundeinkommen, ausgezahlt an jeden, als Steuerfreibetrag, würde die Konsumsteuer sogar progressiv. Erst wer das Doppelte des Grundeinkommensbetrages ausgibt, zahlt dann real Steuern. Anfangen könnte man mit dem Grundeinkommen bei den Kindern, zum Beispiel ab Jahrgang 2000. Und mit den Kindern wächst es in die Gesellschaft hinein. Anfangen kann man aber auch beim eigenen Einkommen, indem man es einmal anders denkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017